Ja, darüber reden wir gerade, Stefan. Die sechs Filme meinen wir. Okay. Aber es ist schon krass, dass sie gleich sechs Filme ankündigen, egal wie es läuft. Das ist schon heftig. Okay, ich schaffe das nochmal, keine Sorge. Oh Gott, dann wenn es sich umdreht, die Steuerung ist echt mies. Badam, bam, bam. Mio Bot braucht wieder eine Weile zum Laden. Das ist halt Hitbox, wahrscheinlich. Bam. Wie es da auch schon im Hintergrund aussieht. Bam, bam. Ich freue mich, ob es dann auch neue Entwicklungen gibt oder sowas. Das hätte nicht sein dürfen. Let's know how, not how this game works. Aber ich glaube, ich kann es auch einfacher machen, ne? So. He. Hehehehe. Surume. Äh. Äh. Wie haben wir es genannt? Ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Befehl ging. Suru-Sensei. Verdammt. Beinahe. Man wird hier auch immer wieder ausgerichtet. Okay. Ich muss es nicht konzentrieren, ne? Die Steuerung ist eigentlich tatsächlich ein bisschen vereinfacht worden, dass man das auch gut hinkriegt. Aber es ist trotzdem nicht einfach. Hm. Verdammt. Digimon Fusion. Ja. Und es gibt. Es gibt massig verschiedene. Auch Digitationen und so. Ich weiß noch gar nicht, was da gut wäre. Das Neueste. Echt? Das ist. Achso. Stimmt. Das war ja auch so. Ein bisschen auf, äh, mal wieder Oats. Also, es ist ja schon daran angelehnt, mal wieder so ein Neuanfang zu sein von Digimon. Darauf war ich am Anfang auch gehypt. Aber im Endeffekt ist es wirklich eine Kinderserie. Zack. Ich schaff das irgendwann. Keine Sorge. Ich hoffe, dass ich nicht nochmal dem Over gehe. Das wäre sehr nett. Bam. Ich bin hier eigentlich voll warm, ne? Bam, bam. Bam, bam. Ah. Nach einer Zeit geht es auch aus. Weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich das Allerneueste war, was ich meine. Könnte auch sein, dass es so ein Zwischending war. Oder dass es schon vor einer Weile, äh, geendet hat. Schon eine Weile her. Och, komm. Not creepy at all. Nö. Ja, da hast du recht, Stefan. Damals war halt noch... Also, in dem Fall stimmt das und stimme ich dir auch zu. Die anderen haben es nicht geschafft, es nochmal so cool zu machen. So, jetzt bleib ich hier mal ein bisschen links. Okay. 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 Falls ich nochmal Game Over gehe, werde ich erstmal eine andere Mission spielen. Aber ich möchte das eigentlich schon schaffen. Wenn es irgendwie geht. Vor allem, weil es hier so viele Sternenteile gibt. Ja, fail. Zu früh gesprungen. Und hier rum, hier rum, da. Links anfangen. Wieder normalisieren. Okay. Die Kamera ist hier auch ein bisschen ein Problem. Okay. Ah, es geht sogar so, ohne zu springen. Och, gut. Äh, das... Ja, stimmt. Das gab's. Aber ich weiß nicht mehr, was der heißt. Ähm, Stefan, wir hatten es vorhin davon. Das werden sechs Filme. Das wird keine neue Staffel. Wusste ich auch nicht. Ich dachte auch, es wird eine neue Staffel irgendwie. Ich weiß nicht, aber... Also, es wurde... Ich habe noch keine Mitteilung mitbekommen, wo das gesagt wurde. Ob es jetzt eine Staffel oder ein Film wird, aber... Kehrer kann man da vertrauen. Dup-dip-dip-dip-dip. Von wegen lange nicht gesehen. Das war der volleste Stern mit dir. Sehr ruhig. War so angekündigt? Okay. Das ist das erste Mal, wo ich das höre. Aber... Na gut. Boing. Ähm... Machst du irgendwas mit mir? Du hast ganz schön das... Bäh, bäh, bäh. Auszeit. Nein. Etomon. Okay. Bäm. Ur-Werk-Ruinengalaxie. Das sieht mal cool aus. Gibt's sicherlich wieder eine Menge... Menge hin und her. Oben, unten und so Zeug. Rauer-Ruinen-Ritt. Dum-dum. Dum-dum. Ja. Aber ich denke... Ich meine sechs Filme, wenn man sich überlegt. Jeder Film wird wahrscheinlich so knapp 1,30 lang. Mindestens. Ich hoffe länger natürlich, aber das ist ja so... Minimum für einen Film. Boing. Dann verspreche ich mir da eigentlich schon ein bisschen was an Unterhaltung. Das hat nichts gebracht. Guck da mit. Das ist ziemlich hartmängig. Wir gucken mal mit dem... Mit dem... Kürbis auf dem Kopf. Das war das Wort. Äh, okay. Gut. Ja, das ist verwirrend. Nur... Falls ihr euch das nicht selber vorstellen könnt. Ja, ja, das ist verwirrend. Gerade. Sehr will. Mir gefällt die Musik. Hm... Sound nirgends. Lass mich da mal bitte nach unten. Nö. Nö. Schon mal nicht. Ähm. Ja, oder? Tiki-Mon Adventures war das erste. Gab's davor noch eine Digimon-Staffel in Japan? Das wär mir neu. Bum, 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 bum. Dum, 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 dum. Huch. Äh. Halt rum. Äh. Huch. Okay, wait. Das bricht besser hin. Gut. Gut. Das hat mich, äh, ernsthaft verwirrt. Aber man weiß ja nie. Ich meine, ich hab schon oft, äh, irgendwie erfahren, dass es im Japanischen dann doch noch irgendwas gab von meiner Kindheit, wo ich nicht wusste. Äh. Das hilft nicht. Huch. Mal, noch mal, noch mal. Das war auch schön. Auch wenn's eins der schwächeren Digimon war, ne? Ach, sehr schön. Gut. Einen schönen Blick. Dann kann ich mal alles einsammeln hier. So. Ist immer noch sehr genau. Da hat, glaub ich, ein bisschen Auto-Aim drin und ist in Verfolgung. Na gut, wir können ein bisschen damit noch. Dum, dum, dum. Äh, da, da, da. Ah, da war's X-Cross, was ich gemeint hab. Oder was ist denn Digimon Fusion? Hopp. Äh, okay, ich warte noch mal. Boing. Äh, okay. Ich muss hier wohl nach unten. Oh, Gott. Oh nein, ich brauch die Münzen. Näh. Ah, westlicher Titel für X-Cross. Okay, ja. X-Cross hab ich ein bisschen angeschaut. Weiß ich mir nur... Nee. Hab ich nicht. X-Cross, wie gesagt, das war wirklich... Ja, Tamers geht auch noch. Boing. Aua. Gib mir die Münze. Give me. Even if I die. Ach. So. Weiß gar nicht, ob ich das noch schaffen kann, aber... Von mir aus, probieren wir's halt. Komm her. Komm mal hier noch die Münzen. Everyone. Coins. I need coins. I need much more coins. Äh. Äh. Okay. Voll viele Sternteile. Das fällt mir immer noch. Uch. Ich kann da sogar teilweise... Moment, man kann nicht hier frei an den Wänden laufen, wirklich. Ah, da geht's auch weiter. Na gut. Dann lassen wir das erstmal müde sein, ne? Holen wir uns das irgendwann anders wieder. Das ist auf jeden Fall dann schon mal ein Geheimstern. Hopp. Moin. Äh. Ich weiß gar nicht mehr, was Frontiers ist. Ehrlich gesagt. Ich glaube, das war eins, wo ich wirklich nicht arg geschaut habe. Fuck. Wie kann ich dich da befreien? Hopp. Ähm. Nein. Oh, danke schön. Das ist mir nix. Ich werde nicht den Kürbis zerbrechen. Okay. So passt das Ganze. Weg damit. Ah, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Äh, okay. Keine Ahnung. Mit Hatsunemiko konnte ich sowieso noch nie was anfangen. Boink, boink. Okay. Wir haben ein bisschen Zelda hier irgendwie. Oder leicht zumindest. Bisschen. Bum, 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 bum. Okay. Okay. Und du bringst mich da nach oben. Sehr schön. Das nenne ich richtig gutes Level-Design. Wieder hoch. Naja. Musik-Geschmack halt, ne? Sehr weitläufig. Bum, bum, bum. Was hast du da für mich? Ah. Ah, okay. Mit dir kann ich dich befreien. Oh, vielen Dank dafür. Bla, bla, blauer Stern. Äh, Power-Stern hier entlang. Okay, okay. Das wird witzig. Dun, 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 dun. Ah. Ein Leben. Me likes. Au. Das war... Ich wusste nicht, in welche Richtung ich gehen sollte. Na, super. Not good. Warten wir mal kurz. Was kommt jetzt? Wow, okay. Das sieht cool aus. Warten wir mal, bis der hier vorbei ist. Und sprinten hier direkt los. Und da ist, glaube ich, auch schon der Letzte. Ja, das ist sehr wichtig. Huch. Nein. Hahaha. Gif. Ah, die Levels sind cool. Schön knapp. Ah. Das ist nicht ganz einfach, aber auch cool. So schlimm, okay. Hahaha. Oh je. Was suchst du? Mech? Ja. Ja. Also die grünen Sterne werde ich höchstwahrscheinlich... Ja. Nicht machen. Letztlich mal. Weiß nicht. Zumindest jetzt nicht im ersten... Äh. Anlauf des Spiels. Äh. Oh Gott. Oh Gott. Das hätte auch nicht gut aus, äh... Gehen können. Bum, 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 bum. Achso. Du suchst Mech. Ach. Amiibo. Okay. Dachte gerade. Ich habe irgendwie Hunger. Ich weiß nicht, wie so. Ich habe gerade irgendwas gegessen. Ich dachte, wenn mir ein Mech ist. M-m-m. Geht hier entlang. Okay. Oh Gott. Ist das knapp. Die werden immer knapper, oder? Ne. Das war's schon. Bum, ba, dam. Zurück. Äh. Okay. Zeitlimits fingen gerade wieder von vorne an. Interessant. Wow. Okay. Schade. Irgendwann hätte ich mir vielleicht auch noch ein paar getrauft. Nur jetzt halt gerade nicht. So. Komm, komm, komm. Alle mitnehmen. Da ist ein Powerstern. Ah. Okay. Ich dachte gerade. Nein. Ich wollte da hoch. War ich das noch? Das sollte reichen. Ja. Definitiv. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Untertitelung des ZDF, 2020